Wir sind hier am Fröndenberger Bismarckturm gelandet und sag mal Anne, was liest du da eigentlich? Wichtige Informationen über den Bismarckturm. Was denkst du denn Julian, wie hoch der eigentlich ist? 1,94 Meter, 19,40 Meter oder 194 Meter? Hm, da rufe ich doch mal meinen Telefonjoker an. Das ist nämlich der Matthias Schwarzer von Checkpot. Ja, der weiß es bestimmt. Natürlich weiß der allwissende Checkpotsprecher, dass dieser Turm 19,4 Meter hoch ist und damit also auch für faule Checkpot-Moderatoren relativ einfach zu besteigen. Im Jahre 1900 wurde der Bismarckturm, der übrigens offiziell Bismarckturm Una heißt, eingeweiht. Entworfen wurde er von Bruno Schmitz aus Düsseldorf. Vom Aussichtspunkt habt ihr einen Blick auf das nordöstliche Ruhrgebiet, das Münster und das Sauerland und wenn ihr euer Ferien das auspackt, könnt ihr auch ganz viel Natur und Tiere sehen. Der Bismarckturm hat in der Sommersaison immer an Sonnen- und Feiertagen geöffnet.